Hallo und herzlich willkommen. So, machen wir gleich mal weiter. Mal gucken, was heute uns erwartet. Und so um 12 Uhr. Rechnet ein bisschen draußen bei mir, aber ist okay. Dann wollen wir mal schauen, was uns die Normandie noch so verspricht. Chateau Bricot. Französisch. Elder und Martin. Oh, der ist ja schön angemalt. Wie so ein Clown. Jetzt geht's los. Ich hab 8 Patronen. Und die 8 Patronen werde ich versuchen zu benutzen. Um euch den kleinen Hintern zu... äh... ja... kaputt zu machen. Okay, wer ist jetzt Trupp 2? Ich glaub, hinter dem muss ich herlaufen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Stören. Oh, fuck. In dem Moment. Ist ja normal. Wie lange ist hier irgendwo... Ey, was soll das? Oh, er zerstört selber. Gut, ihr seid hier. Das ist da. Gut, weiter geht's. Ryan, rein in den Graben. Vormat. Ryan, rein in den Graben. Ach, Mann. Immer dann, wenn ich... Schieß. Immer dann, wenn ich zeigen will, was ich kann. Boah, grad rummelt das Spiel aber dermaßen. Verwaltig. Ich muss gar nicht gewonnen, das ist nicht, ey. Naja. Na, komm. Darf ich jetzt auch mal? Bitte. Nein, er macht's wieder alleine. Ja, ich bleib schon hier in meiner Deckung. Um nichts dem Zufall zu überlassen. Boah, fuck. Das wusste ich jetzt nicht. Boah, fuck. Ganzes deutsches Lager voll mit... Deutschen. Komische Rede. Gut. Gucken, wo ich anfangen muss. Och, das geht ja noch. Das ist noch akzeptabel. Eins. So, jetzt hab ich noch sieben Patronen. Eins. Das ist doch... Das ist doch eigentlich eine gute Referenz. Was ich da jetzt hatte. Na, nochmal. Dich auch noch. Dich. Ist er tot? Ja. Er lebt nicht mehr. Er zuckt nicht mehr. Das war's mit ihm. Brr, brr, brr. Kukukuratschak. Kukukuratschak. Aua. Voll auf die Fresse. Äh... Ich bleib mal hier lieber. Klack, 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 klack. Bamm. Weiter geht's. Hä? Was soll das immer, ey? Meine Kollegen werden irgendwie durchgelassen und ich muss hier irgendwie alleine schauen, oder was, ey? Kukuratschak. Er redet einfach durch. Ach, ne. Ihr seid scheiße. Nochmal fortsetzen. Schön immer ganz ruhig. Ohne irgendwie Stress zu vermitteln. Kukuk, ein Schuss. Zweiter Schuss. Ist ja auch wie im Richtigen. Aber du warst jetzt auch. Du hast es nicht mehr geschafft. Mein Freund war auch nicht. Und hier schon mal lange nicht. Das war's. Hochschule weg. Mal kurz alles wegballern. Weil ich möchte gleich Patronen haben. Darum lade ich mir auch meine Thompson. Oh. Alle tot. Da kommen ja zwei neue. Fixer, ey. Am besten nicht. Mein Gott, was war das denn? Da ist noch einer. So. So, speichern. Hä? Nein, nein, nein. Speichern. Da, die Dokumente. Die Dokumente. Mein Thompson behalte ich natürlich. Gehst du jetzt oder soll ich? Die Jungs, die können sich auch nicht entscheiden von einer Armee. Sanitäter. Sanitäter. Ein Schuss, der Verwundeter. Was zur Heiligen. Los, bitte. Sir. Mein Gott, mir leid. Ich kann. So viele Menschen sterben. Oh Gott. Bewegung. Oh Mann. Wir schießen auch Sanitäter. Alles geht. Direkt. Martin, Elder. Geben Sie mir Feuerschutz. Ja, lauf du mal. Ja. Da kommt jetzt bestimmt irgendwas. Wo soll ich denn den Feuerschutz geben, ey? Hä? Entschuldigung. Keine Ahnung. So. Jetzt komm. Gib mir Deckung. Jetzt will ich die alleine zerstören. Was? Sie haben doch keine Sprengsätze. Ey, ich glaub's nicht. Jetzt müssen wir erstmal Sprengsätze holen. Ah. Wo liegen die denn? Die liegen bestimmt da irgendwo auf. Oder? Ah. Ja, mach ich. Kein Problem. Ach, nee. Nein. Oh, das überlebe ich nicht. Das überlebe ich nicht. Doch. Mal ganz schnell hier weiterlaufen. Fuck, 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 fuck. Oh. Er könnte mir mal helfen. Mal so zufällig vielleicht. Ihr wisst, ich bin nicht der Einzige. So, dich hab ich. Schnell eine Granate reingeworfen. Hilft zwar nichts. Boah, fick dich, ey. Romo-Fürst. Mal schnell weg hier. Popeye. Boah, ich brauch Leben. Boah, schnell, 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 schnell. Ah, zum Glück. Speichern, ey. Speichern, ey. Ich muss immer dran denken, jetzt zu speichern. Ja, überschreiben. So, und weiter geht's. Haha. Fuck. Das ist ein Mensch. Wie John Rambo. Oh, nein, nein, nein. Alter. So, wir sind kaum jetzt in gerade einer Stadt an. Keine Ahnung, wer oder wo, was, wie, wann hier lebt. Gut. Gut, hier sind keine mehr. Oh, noch da oben. Ne, gibt's nicht. Wow, fuck. Ich geh von anderen Seite lang. Wenn ich darf. Meister. Oh, das gibt's nicht. Boah, ich renne mal ganz schnell. Dankeschön. Deines Leben. Zwar so kleine Packs nur, aber... Kleine sind auch okay. Aber die verstecken sich hier immer irgendwo in irgendwelchen Nischen. So, jetzt bestimmt General irgendwo. Nö. Wo? Ach, da. Schnell. Boah, jetzt kommen gleich viele hier. Ja. Äh, ja, ich mach mal ganz schnell was anderes. Ich hab keinen Bock, dass jetzt hier gleich ganz viele von den Soldaten kommen. Was ich zwar denke... So, schnell raus hier. Boah, Alter. Kacke, kein Leben mehr. Ich muss doch mal rein. Hoffentlich gab's jetzt hier noch irgendwo was. Versteckt. Boah, scheiß. Die waren doch an. Oder ne, oben gab's noch was, ne? Nochmal kurz gucken. Ey, eigentlich sollen die Aufnahmen ja gar nicht so lang werden, aber... Ich bin grad so im Spiel drin. Da. Boah, voll gemacht. Und jetzt schnell raus hier. Das Haus kommt mir nicht geheuer vor. Oh. War das jetzt grad auch von mir welche? Also böse? Mal schnell hingehen und das Ding zerstören. Alter, ey. Was wollt ihr denn noch von mir? So, Ziel erfüllt. So, das war's mit Call of Duty für heute. Boah, längere wieder wie gestern auch. Dann würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.